Wie ist eigentlich der Status zwischen Ripple und der SEC? Hier gibt es einige spannende Informationen und Ripple konnte parallel dazu weitere Zahlungskorridore in Europa aufbauen. Was das genau zu bedeuten hat und wie eben auch die Perspektive von Ripple aussieht, darüber sprechen wir jetzt. Und damit ein herzliches Hallo, ich hoffe du bist wunderbar in dieses Wochenende gestartet. Lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und schreib einen Kommentar, das würde mir und dem Video extrem helfen. Wie gerade schon angesprochen, möchte ich mit dir ganz kurz über das Thema Ripple bzw. XRP sprechen. Hier gibt es ja einige interessante Änderungen. Wir sprechen also einmal um oder bzw. über das ganze Thema bezüglich des Lawsuits, das heißt also das Gerichtsverfahren, das aktuell ja noch läuft bzw. die Streitigkeit zwischen Ripple und der SEC. Und wir sprechen natürlich auch über weitere Zahlungskorridore, die mittlerweile auch in Europa nun aufgebaut werden zwischen Ripple und einigen Unternehmen. Wenn wir uns aktuell aber erst einmal den Preis von XRP angucken, da sehen wir, dass wir bei 41 Cent ungefähr unterwegs sind und damit natürlich auch meilenweit vom All-Time-High entfernt liegen. Knapp 20 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung sehen wir hier und natürlich eben auch ein relativ hohes Volumen von insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar. Es ist also gerade wie bei den meisten anderen Kryptowährungen nicht alles rosig, aber das hält natürlich weder die SEC noch Ripple davon ab, sich mit dem Thema hier weiter zu beschäftigen. Mittlerweile ist das Thema ja schon einige Jahre alt. Das Ganze wurde im Jahr 2020 gestartet und es ging um den Vorwurf, dass Ripple insgesamt XRP im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar rausgegeben hat. Das Ganze ist eben das Problem gewesen, dass die SEC behauptet, dass XRP in dem Fall also ein Wertpapier sei und dadurch, dass das eben nicht registriert worden ist, gibt es eben diese Streitigkeiten. Mittlerweile zieht sich das Ganze eben schon einige Zeit und viele haben die Hoffnung gehabt, dass wir im Jahr 2022 nun eine Lösung sehen werden beziehungsweise eine Lösung ist relativ vielmehr eine Entscheidung der Richterin Netburn. Aktuell sieht das Ganze aber komplett anders aus. Denn aktuell streiten sich beide Parteien immer noch, um Dokumente umzubeweisen, dass sie entweder ein Wertpapier sind, beziehungsweise dass quasi Ripple beziehungsweise XRP ein Wertpapier ist oder auf der anderen Seite sagt man eben, nein, das ist eben nicht der Fall. Und das geht permanent hin und her. Man versucht mit allen möglichen Tricks und mit allen möglichen Informationen Dokumente zu bekommen und das ist eben auch aktuell das Thema. Aktuell geht es immer noch um allgemeine Kommunikation. Es geht nämlich um Kommunikation zwischen der SEC und einem Anwalt. Und in dem Fall sagt die SEC oder argumentiert so, dass sie sagen, es ging hier lediglich um einen Rechtsrat und durch das Anwaltsmandat und die Privilegien sind eben auch diese Kommunikationen geschützt. In dem Fall sieht aber die Bundesrichterin das Ganze etwas anders und hat eben auch die SEC dazu angewiesen, Entwürfe der Rede und eben auch zugehörige E-Mails zu veröffentlichen. Das würde eben nochmal ein komplett anderes Licht auf die Überlegungen der Agentur beziehungsweise der Anwälte der SEC bezüglich Kryptowährungen eben offenbaren. Das Ganze zieht sich aber mal wieder, weil die SEC sich dagegen weigert und versucht eben Argumente zu finden. Sie sagen nämlich eben auch, dass der Anwalt zu dem Zeitpunkt nicht mehr für die SEC tätig war. Er hatte kein Mandat und deswegen geht es hier lediglich um persönliche Aktivitäten. Man möchte also die Dokumente nicht rausgeben. Das ist also relativ gut zusammengefasst der aktuelle Status. Die SEC und Ripple streiten sich um Dokumente. Man versucht irgendwie ein Quadratzentimeter irgendwie nach vorne zu kommen, wird dann wieder zurückgestoßen. Und das geht schon einige Monate so, ohne dass wirklich eine der beiden Parteien wirklich vorankommt. Mittlerweile gibt es eben auch die Vermutung, dass wir im Jahr 2023 erst eine Einigung beziehungsweise eine Entscheidung des Rechtsstreits sehen werden. Denn dann würde oder würden wir allgemein in die nächste Phase eintreten. Aktuell sprechen wir ja immer noch von einem oder der Möglichkeit eines summarischen Urteils, das sich eben bis zum Dezember erstrecken könnte. Aber wenn das Ganze eben zu dem Zeitpunkt nicht entschieden wird, kann es eben sein, dass das Thema nun vor Gericht gebracht wird. Und dann würden wir quasi Verhandlungen im Jahr 2023 sehen. Ich bin also sehr gespannt, was wir hier noch zu erwarten haben. Du kannst gerne schon mal deine Meinung unten in die Kommentare schreiben, was du zu dem Verfahren denkst und ob du glaubst, dass Ripple gegen die SEC sich durchsetzen wird. Aber das ist natürlich nicht das einzige Thema. Wenn du nämlich auf Twitter unterwegs bist und dem Kanal von Ripple folgst, dann wirst du mitbekommen haben, dass es immer mal wieder super positive Neuigkeiten gibt. Denn wir sehen zum Beispiel, dass Ripple sich dazu entschieden hat, 100 Millionen US-Dollar in CO2-Märkte zu pumpen. Es geht darum, die globalen Klimaziele zu beschleunigen und dadurch eben zu erreichen. Und das Ganze funktioniert natürlich vor allem durch Kapital, das bereitgestellt wird. Also hat eben auch Ripple versucht, dadurch ihren Beitrag zu leisten. Aber das ist natürlich nicht das einzige relevante Thema. Viel relevanter wird es, wenn wir uns nämlich die letzte Partnerschaft angucken. Und zwar hat sich Ripple nun mit Finkie zusammengetan. Das ist ein Unternehmen aus Litauen, die nun eben tatsächlich ermöglichen werden, dass in Europa die ersten Zahlungskorridore aufgebaut werden. Wir sprechen also hier auch wieder von einem Zahlungsnetz und es geht quasi auch hier wieder um ODL. Das Ganze wird natürlich von RippleNet unterstützt und bedeutet auf der anderen Seite natürlich ebenfalls, dass sich das in der Theorie langfristig, wenn es eben entsprechend genutzt wird, sich auch positiv auf den XRP-Coin auswirken kann. Denn wir sprechen hier von effizienten, grenzenüberschreitenden Zahlungsmöglichkeiten auf Kryptomasis. Das ist ja eh das, was wir uns in Zukunft erhoffen, um eben verschiedene Probleme zu lösen. Und ich denke, Ripple hat hier genau die richtige Technologie am Start, um das Ganze eben wirklich auch zu realisieren. In dem Fall ist Finkie ein Fintech aus Europa, aus Litauen, um genau zu sein. Und sie setzen sich eben für den digitalen Einsatz im Finanzsektor ein und versuchen dort eben die schnell wachsenden Fintech-Märkte in Europa mit abzudecken. Und dadurch haben wir natürlich zwei super zukunftsorientierte Unternehmen, die miteinander agieren. Und damit ist es dann in Zukunft möglich, zwischen Europa und Mexiko über diese Zahlungskorridore einfach und schnelle Transaktionen eben abzubilden. Die Idee ist total super und dass Ripple ein weiteres Unternehmen gefunden hat, zeigt eben ganz klar, welche Bestrebungen sie zum einen haben, aber eben auch wie viel Vertrauen dann eigentlich die Unternehmen haben, die nun mit Ripple zusammenarbeiten, obwohl es ja aktuell immer noch das Verfahren gegen die SEC gibt. Und ich glaube, wir müssen so fair sein zu sagen, dass es eben nicht der erste ODL-Korridor ist. Es gibt mittlerweile neben Europa auch in Japan, auf den Philippinen, in Australien, in Mexiko Zahlungskorridore. Mittlerweile sprechen wir von 22 Zielmärkten, die durch ODL abgedeckt werden. Also man sieht hier definitiv den Progress. Und was mich eben am Ende dann eben auch zu meinem Fazit bringt, wir sehen, dass sich zwar die Geschichte bezüglich Ripple und der SEC etwas hinzieht, Das ist keine so positive Geschichte, aber wir hoffen mal, dass das Ganze im Jahr 2023 endlich entschieden wird. Auf der anderen Seite gibt es aber genug Kapital, um zum Beispiel in die CO2-Märkte zu investieren. Über 100 Millionen wurden hierfür bereitgestellt. Also scheint Ripple zu florieren und eben auch kein Problem zu haben, so viel Kapital bereitzustellen. Aber auch auf der Seite der Partnerschaften geht es konstant voran. Mit Finkie aus Litauen haben sie eine weitere Partnerschaft hinbekommen, die deutlich mehr Stärke natürlich nach außen hin strahlen lässt. Dadurch konnten sie nun ODL auch in Europa aufbauen und die ersten Zahlungskorridore so realisieren, zwischen Europa und Mexiko. Wenn das keine wunderbaren, positiven Neuigkeiten sind, dann weiß ich auch nicht. Schreib gerne mal deine Meinung zu dem ganzen Thema unten in die Kommentare. Lass uns gerne darüber diskutieren. Das würde mich auf jeden Fall mega interessieren, wie du zu dem ganzen Thema stehst. Für mich scheint Ripple aber genau die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wir werden dann in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich herausfinden, wie sich dann XRP und so weiter dann in diesem Umfeld natürlich auch wieder entwickelt. Gut, ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen. .